So 80 Felder, so 5 x 16 So, it's Na, Meri roll mal den Sau still auf, den die anderen hier hinterlassen, das ist ja furchtbar. Da liegt auch immer noch ein Steinchen rum. So. So. Wobei, jetzt können wir sie einfach alle gleich direkt ziehen. Quarri wieder schicken und den Tunnel abreißen. So. Und jetzt nehme ich jetzt wieder drei Ebenen tiefer, erst einmal bevor wir wieder tunneln müssen. Die hier sind am auffüllen. Wirklich etwas komisch mal wieder, aber Hauptsache es klappt irgendwie. Na, Hauptsache es klappt irgendwie. Okay. Okay. Mal gucken, wann macht jemand die nächste Stufe? Soll ja noch mindestens zwei Stufen geben. Ah, da kommt sie. Sehr schön. Wenigstens das scheint wieder einigermaßen zu funktionieren. Während da das andere irgendwie, naja, funktioniert. Also ja, wir kommen voran. Es klappt auch irgendwie mit Biegen und Brechen und Zweige zu gedrückten Augen. Ja, aber schön ist was anderes. Ich muss aber sagen, sie sind wieder tüchtig dabei. Die beiden sind schon wieder voll. Aber ja, es klappt irgendwie. Wie? 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 und es ist wieder dunkel und es kommt wieder die sehr interessante musik und es kommt wieder zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wo willst du hin? Und da ignorieren sie wieder meine Befehle. Wie sie es gerne tun. Das war's für heute. Komm du mal her. Pack du mal die Steine hier rüber. So. Das ist gut. Das war's für heute. Mit der Umhandlung, dass das irgendwie ein Corrupt one oder ein böser Schatten wäre. Hör mich jetzt gerade nur so auf. So wie das hier irgendwie aussieht wie ein verkrüppelter T-Rex. Ja, ein bisschen Fantasie. So, ziehen wir das mal weiter. Ja. Ja. Das war's für heute. Ja. 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 Ich hab's ja auch schon wieder angefangen. Die ersten Brücher hier rein zu verhauen und mal wieder. So, damit wir die erste Hebel schon mal weg. Ja, aber nicht mehr lange, dann muss ich sie wieder umswitchen. Also, wenn... Sie anfangen, den oder den zu füllen und die anderen voll sind. Ja, aber nicht mehr. Wo liegt hier wieder ein Steinchen rum, was einer vergessen hat? Ah, Tummelhans. Also gut. Plöp. Ich glaube, ich schicke die Leute jetzt langsam zum Fletten rüber. So, hierhin mal mit euch und dann Fletten bitte. So. Jetzt wird der Kiff Blattet hier. Wirklich. Okay. Ich kann... Und ja, die Legs sind auch manchmal nervig. Noch ist keine Dämmung in Sicht, also kein Tag, das heißt es ist wieder schön dunkel. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, es nimmt langsam wieder ab. Wir haben es aber, wie es uns geschafft, durch das Tunnel und die eine Ebene schon wieder voll zu machen, was gut ist. Das heißt, wir haben noch sehr viel, was wir hier rausholen können. Das hoffe ich jedenfalls mal. Äh, das wollte ich nicht. Das wollte ich, genau. Ah, es fängt an, es fängt an zu dämmen. Ich habe mich schon gefragt, warum die Musik gehört hat. Ja. Oh, jetzt fängt es auch. Oh, jetzt füllt sie ein bisschen ordentlicher auf. Boah, 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 boah. Boah, boah, boah. Gut. Jetzt sehen wir uns etwas weiter wieder. So. So. Ich komme auch voran. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So.